Was kann man machen, wenn man Masse zulegen will, wenn man Muskeln drauf packen will, wenn man einfach massiger werden will, zunehmen will, aber gar keinen Hunger hat den ganzen Tag oder zum Beispiel, bei ihm war das der Fall, der hat gearbeitet und hat morgens nichts gegessen, damit er bei der Arbeit Hunger kriegt, hat aber nicht mal bei der Arbeit Hunger bekommen, sodass er in der Frühstückspause kaum was runterkriegen konnte und in der Mittagspause auch nicht so viel essen konnte und deshalb konnte er nur essen nach dem Training, wenn er nach Hause kam. Das war aber nicht ausreichend an Kalorien, um zuzunehmen und er fragt also, was kann ich einfach machen, um Hunger zu kriegen und bei der Arbeit richtig einfach mal normal essen zu können und da war meine Antwort, du, weißt du was, du stehst morgens auf und dein Magen, ist es meistens so, in der Nacht zieht sich der Magen zusammen, weil man in der Nacht Hunger kriegt, weil man ja so viele Stunden schläft und man kriegt Hunger praktisch nachts, aber man merkt es nicht, weil man ja schläft. Ihr kennt es vielleicht manchmal, wenn ihr nachts aufsteht und plötzlich richtig leeren Magen habt, um eine bestimmte Uhrzeit, wenn ihr dann aufsteht, zum Beispiel nachts auf Toilette geht oder so, dann habt ihr richtig Kohldampf und dann erwischt ihr gerade die Zeit, dass ihr Hunger habt, aber ihr nehmt nicht zu euch, ihr geht weiter schlafen und dann vergeht der Hunger auch schon, weil der Magen sich zusammenzieht und wenn ihr dann morgens zu eurer bestimmten Uhrzeit aufsteht, wo ihr dann zur Arbeit müsst oder zur Schule, dann habt ihr eben halt keinen Hunger, weil euer Magen sich zusammengezogen hat und habt praktisch den ganzen Tag keinen Hunger, sodass ihr nicht auf eure Kalorien kommt. Aber mein Tipp war, er soll sich sofort morgens nach dem Aufstehen, auch wenn er keinen Hunger hat, einen dicken, möglichst fetten Shake reinballern, weil einen Shake kriegt man immer runter, was zu trinken ist immer leichter als was zu essen und deshalb einen dicken Shake. Da meinte er aber auch, den kriegt er auch nicht runter, was ich auch verstehen kann, weil man keinen Hunger hat, dann könnte man einfach nur noch kotzen, auch von Shakes. Und dann war mein zweiter Vorschlag, er muss irgendwie seinen Magen ausdehnen, seinen Magen wieder vergrößern, damit er tagsüber wieder Hunger kriegt und dann habe ich ihm gesagt, du, trink einfach mal morgens möglichst viel Wasser, um deinen Magen auszudehnen. Das heißt, sprich, ich habe zu ihm gesagt, sofort nach dem Aufstehen einen halben Liter Wasser, ja, dann hat dein Magen ein bisschen was zu tun, ist zwar nur Wasser, aber der gewöhnt sich dran, aha, da kommt was, ich muss wieder anfangen zu arbeiten, dehnt sich ein bisschen aus. Und dann vielleicht noch einen Whey Shake oder möglichst einfach viel in den Magen. Für die, die extrem nichts essen morgens können, so wie ich auch zum Beispiel, ich habe auch morgens keinen Hunger, im Gegensatz zu meiner Freundin, die hat morgens tierisch Hunger, aber abends nicht und ich kriege dafür abends Hunger, das ist bei Menschen unterschiedlich. Aber für die, die gar nichts essen können, einfach einen halben Liter bis einen Liter Wasser versuchen zu trinken, wirklich minimal einen halben Liter, damit der Magen sich ausdehnt, sich daran gewöhnt, dass jetzt wieder ein Tag kommt, wo er arbeiten muss. Dann werdet ihr, wenn das Wasser verschwunden ist, das Wasser wird in eure Blase gehen, ein bisschen, wo das halt benötigt wird, im Körper, ein bisschen ins Gehirn, ein bisschen in die Muskeln sich verteilen, dann wird der Magen wieder entleert, ja, ein bisschen geht ihr auf Toilette und ein bisschen Wasser verteilt sich im Körper, man braucht für alle Funktionen im Körper, braucht man Wasser. Dann habt ihr wieder einen leeren Magen, aber er ist ausgedehnt. Und dann werdet ihr später, spätestens zwei, drei Stunden, nachdem ihr dieses Wasser getrunken habt, richtig Hunger kriegen. Dann werdet ihr erstmal schön frühstücken, richtig heftig, ja, dann wird das wieder in euer Magen gehen, wieder verdaut, verteilt sich über den Körper, der Rest wird ausgeschieden, was der Körper nicht verwerten kann oder was er gerade nicht braucht. Der Magen ist wieder leer, dann könnt ihr wieder richtig heftig fressen, Mittag essen, dann wartet ihr noch ein paar Stunden, geht zum Training, nach dem Training hat man sowieso Hunger, weil der Körper wieder neue Energie braucht. Dann könnt ihr nochmal richtig viel fressen, macht wieder schön Pause, chillt abends ein bisschen und abends werdet ihr wieder Hunger kriegen. Und das ist für die Leute, die wirklich richtig massig werden wollen, eigentlich ein richtig guter Tipp. Und was man dafür machen muss, ist einfach nur morgens einen halben Liter Wasser trinken und dann werdet ihr schon den ganzen Tag über mehr Hunger haben als sonst und mehr essen können. Ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein. Viel Erfolg beim Muskelaufbau. Bis dann. Bis dann.